... von ihr Post bekommen, um per E-Mail Post zu bekommen, also wer möchte, gebe ich jetzt eine Liste um, wo jeder, der noch nicht bekannt ist, mal seine E-Mail Adresse eintragen möchte. So, dann wollte ich dazu sagen, ich bedanke mich erstmal bei der Hedi, dass sie das macht, weil ich bedanke mich für die kommunalen Ebene dafür sorgen, dass wir das Leben nicht diesen Ad-Hoc-Institutionen überlassen, die immer dann plötzlich da sind, wenn irgendwo Knatsch oder Krach oder Auseinandersetzung oder auch echte Probleme zu erledigen sind. Sondern, dass wir unseren Auftrag als untere Ebene, als unterste, wirklich praktische, menschliche Ebene der Volkspartei CDU nicht nur übernehmen, sondern auch praktizieren. Und das wünsche ich heute mit Blick auf die CDU Nauheim, dass es auch hier gelingt, diese innere Geschlossenheit zu finden, mitzunehmen in den Wahlkampf. Denn das ist heute die Entscheidung, ein Team aufzustellen, das ganz klar mit dem Signal für Nauheim antritt. Wir wollen die Zukunft als CDU Nauheim für Nauheim gestalten. Und dem Sinne wünsche ich der CDU für die Versammlung heute Abend alles Gute. Und das ist heute die Entscheidung, das ist heute die Entscheidung, das ist heute die Entscheidung. Und das ist heute die Entscheidung, das ist heute die Entscheidung.